Hallo, heute stelle ich euch drei Bücher für das Kindergartenalter so ab ungefähr drei Jahre vor. Wir starten mit Frederic Bertrand, Wir haben doch keine Angst im Dunkeln. Psst, hört ihr das auch? Das klingt ja fast so, als hätte sich ein Monster unter dem Bett versteckt. Die Kinder machen sich mit Taschenlampe und jeder Menge Mut bewaffnet auf den Weg und gehen der Sache auf den Grund. Zum Beispiel suchen sie in der Küche. Oh nein, es hat sogar seine Monsterfreunde dabei. Puh, das ist nur die Spüle und der Ofen und die Kaffeemaschine. Oh je, ich glaube, dann sitzt es bestimmt im Keller. Oh weia, schau nur, da hinten hockt es. Das ist ja furchtbar groß. Und es hat voll lange Hörner. Ich will lieber wieder ins Bett. Hm, das ist aber auch nicht das Monster. Nee, das ist das alte Heizding, das über das Mama immer so schimpft. Dann gibt es nur noch ein Zimmer, wo es sein kann. Das Wohnzimmer. Und tatsächlich, im Wohnzimmer finden die Kinder die Ursache für dieses merkwürdige Geräusch. Ich verrate natürlich jetzt nicht, was es ist. Durch diese Klappen mit dem Hell-Dunkel-Effekt ist das Buch prima, um den Kindern spielerisch zu erklären, dass es viele Dinge gibt, die im Dunkeln vielleicht gruselig aussehen, aber dass sich da völlig harmlose Dinge dahinter verbergen. Das Buch hat einen relativ geringen Textanteil, aber sogar meine große Fünfjährige will es immer, immer wieder lesen. Wir haben doch keine Angst im Dunkeln. Ist beim Löwe Verlag erschienen und kostet 13 Euro. Als nächstes möchte ich euch den zweiten Band von der Reihe um meinen Lieblingsaffen mit schlechter Laune vorstellen. Nein, diesmal hat Jim keinen Bock. Und zwar auf die Party von Stachelschwein, denn Nick sagt ihm, dass man da ja super tanzen kann. Aber Jim kann ja gar nicht tanzen. Das geht natürlich nicht. Sofort kriegt er tierische Nachhilfe aus dem ganzen Urwald. Jeder hat einen anderen Tipp für ihn. Er soll den Rhythmus fühlen, er soll zeigen, was er drauf hat und die Paviane finden, er muss unbedingt mit dem Hintern wackeln. Und es funktioniert? Jim kann also wirklich jetzt tanzen. Also ab zur Party und auf die Tanzfläche, alle haben einen Mordspaß. Naja, wirklich alle? Nein, rief Jim. Es ist nicht das Beste. Es ist das Schrecklichste auf der Welt. Ich kann tanzen nicht ausstehen. Erstaunt starrten ihn die anderen Tiere an. Wo gibt's denn sowas? Wunderte sich Madenhacker. Habt ihr schon mal gehört, dass jemand nicht gerne tanzt? Eigentlich tanze ich auch nicht gern, gab Wasserbüffel plötzlich zu. Ich hab nur nichts gesagt, weil ich dachte, ich sei der Einzige. Ich weiß, dass die meisten gern tanzen, aber ich komme mir dabei immer richtig blöd vor. Ich würde lieber etwas anderes machen. Jim, krächzte Marabu zustimmend. Um ehrlich zu sein, meldete sich jetzt auch Fledermaus. Ist es auf der Tanzfläche für meinen Geschmack immer zu laut? Ich gehe nach Hause, murrte Jim. Er drehte sich um und wollte gerade los, als er mit Nick zusammenstieß. Ihr wollt doch nicht etwa schon gehen, oder? Fragte Stachelschwein. Alle auf dieser Party wollen tanzen, erklärte Jim. Aber wir können tanzen nicht leiden. Das ist nicht jedermanns Sache, stimmte Nick zu. Aber dann bleibt so viel Essen übrig, entgegnete Stachelschwein traurig. Oh Stachelschwein, wir wollten dich nicht kränken. Jim hielt ihn. Warte mal, auf dieser Party gibt's auch was zu essen? Natürlich gibt's auf der Party auch noch was anderes als Tanzen. Es gibt jede Menge leckeres Essen und es gibt auch noch lustige Spiele, sodass es auch für Jim ein richtig gelungener Abend wird. Auch der zweite Band der Jim-Reihe von Suzanne und Max Lang thematisiert, dass es völlig normal ist, auch mal andere Gefühle zu haben, als der ganze Rest der Tierbande. Und dass man ein Problem nur lösen kann, wenn man auch wirklich sagt, was man fühlt. Jim hat keinen Bock, erschienen bei Löwe und kostet ebenfalls 13 Euro. Und dann gibt es noch mehr Bände aus dem Honigkuchenwald. Und zwar Band 2, Kaninchen in Not, seht ihr hier oben. Da bekommen es die vier wilden Waldhelden, Flora, Rufus, Mikkel und Poppy mit der wilden Paula zu tun, aus dem Kindergarten Honigtopf. Die sammelt nämlich bei einem Ausflug verbotenerweise seltene Waldtiere ein. Aber dass sie sich auf der Suche nach einem Schmetterling hoffnungslos im Wald verirrt, hat auch sein Gutes. Denn Paula entdeckt in einer Falle eines professionellen Wilderers zwei Kaninchenbabys. Ob da die wilden Waldhelden wohl helfen können. Und auch im vierten Band gibt es viel zu tun. Für den Fuchsjungen Mikkel, das Waschweermädchen Poppy, den Frischling Rufus und das Hirschkalb Flora. In Alle zusammen, keine allein, gibt es nämlich ein neues Kind im Waldkindergarten Honigtopf. Und das ist Eleni. Und bei Eleni ist manches ein bisschen anders als bei anderen Kindern. Und wir hören jetzt mal rein, wie die Erzieherin, die die kleinen Waldhelden immer die Hexe nennen, das erklärt. Also, was ich euch erklären wollte ist, fährt die kleine Hexe fort, dass es in Elenis Körper bei diesen Zetteln eine Besonderheit gibt. Jetzt sind plötzlich alle ganz still. Der 21. Zettel kommt in jeder ihrer Zellen dreimal vor, statt zweimal. Es ist also eine Kopie mehr darin, sagt die kleine Hexe. Ist das schlimm? fragt das Kind an Valentinas anderer Seite besorgt und kuschelt sich tiefer in ihren Schoß. Die kleine Hexe schüttelt den Kopf. Nein, es bringt nur ein bisschen was durcheinander und führt dazu, dass Kinder, bei denen das so ist, in manchen Dingen verschieden sind. Das Ganze nennt man Down-Syndrom oder auch Trisomie 21. Fragen ziehen die Kinder zwischen der kleinen Hexe und Eleni hin und her. Diego knetet seinen Knibbelstern. Bist du also krank? stößt er hervor. Nein! platzt es da aus Eleni heraus, die schon die ganze Zeit unruhig neben Valentina hin und her gezappelt ist. Jetzt sag ich das mal ja, ruft sie und Valentina streichelt ihr aufmunternd über den Rücken. Ich bin doch nicht krank! Eleni wirft den Kopf zurück und lacht. Ich hab Down-Syndrom. Das ist nicht ansteckend. Das ist einfach so in mir drin. Ich hab drei von, weil ihr nur zwei habt und das ist alles fertig. Paula klatscht erleichtert in die Hände. Eben, Mann Valentina, du hast das so kompliziert erklärt mit den ganzen Zetteln. Das kapiert ja kein Mensch. Die Kinder lachen. Es ist doch total normal, verschieden zu sein. Eleni ist halt wie ein Kleeblatt mit einem Blatt mehr und das bringt doch voll Glück, oder nicht? Und dieses Glück können die vier wilden Waldhelden und die Kinder aus dem Honigtopf auch super brauchen, denn es hat sich eine kleine Katze in den Wald verriert. Die ist ausgesetzt worden und hat dementsprechend kein Zutrauen mehr zu Menschen und die vier wilden Waldhelden überlegen sich, dass sie den Kindern eine Pferde legen, damit sie die Katze finden. Was sie nicht bedacht haben, ist, dass so eine scheue kleine Katze natürlich reißaus nimmt vor einer ganzen Horde wilder Kindergartenkinder. Aber zum Glück gibt es da ja noch Eleni, die ganz ruhig und aufmerksam ist und dabei sofort spürt, was die kleine Katze braucht. Die Reihe von Andreas Schütze ist super für Kindergartenkinder, die neugierig auf Wald und auf Tiere sind. Man lernt nebenbei richtig viel über Wald und über die verschiedenen Tiere im Wald. Und es werden auch schwierige Themen angeschnitten, aber mit der Art, die Kindern zu eigen, ist die ja komplizierte Sachverhalte oft viel schneller irgendwie akzeptieren, als wir Erwachsenen. Von den vier wilden Waldhelden gibt es inzwischen vier Bände und die kosten jeweils 12 Euro und sind bei Ellermann erschienen. Und dann, die Schütze ist in diesem Jahr